AXI macht Sport AXI macht Sport im Jump 25 mit Bogenschützin Silvia aus Graz. Du probierst mir dein Hobby und deine Sportart näher zu bringen. Was glaubst du, was ist absolut sicher und realistisch, dass ich treffe? Auf wie viel Entfernung? Eine Schwammerl? 10-15 Meter, ja, könnte sein. Aufwärmphase und dann ist die Challenge. Schaffe ich das Schwammerl zu treffen? 15 Meter Entfernung, los geht's! Das ist eine hochhemmende Schulter. Eher unten los. Jetzt zurück weiter. Ziehen, 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 ziehen. Ziehen, 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 ziehen. Schwammerl drauf. Einen Applaus! AXI macht Sport auf der Antenne.